Du befindest dich gerade in Berlin und suchst noch schnell nach einer coolen Aktivität, die man spontan unternehmen kann. Ich befinde mich gerade auf dem Weg zum Axtwerfen, was relativ frisch aufgemacht hat hier in Berlin. Und wollte es mir mal anschauen, denn ich fand es schon immer mal cool zu schauen, wie es ist, eine Axt zu werfen. Alle Informationen natürlich findest du unten in der Videobeschreibung bei mir drin. Und ich denke mal einfach mal, wir schauen uns das Ganze einfach mal an, was auf uns zukommen wird. Also bleib am Ende wieder dran. Ich habe immer Zeit zu werfen, ich will always das Ganze zu nehmen, ich will always aufhören. Ich werde immer einer Bank oder einem Fund, ich will immer ein Video oder es ist nichts. Ich bin immer dankbar, dass es nicht so viel, wenn es nicht so genial ist, nicht so viel zu erhalten. Jetzt ist es, dass du nahm, dass der Angriff her看st. Ich bin in den Augen, wenn er keine Ahnung, dass du nicht so nett ist, wenn du nicht so backst. Es ist nicht funktionierst, vielleicht ist die Chemistie, es ist Zeit dazu zu überghauen, so ich kann einen Besserungs-Me. Better believe in your mind, denn es ist alles. Du kannst in der Weise einbauer, finden das alles ist, alles verletzte. All it takes is some time and some clarity to find your identity, it's mine over everything As you can see, I'm out of the Axt-Werf, it was awesome, as I said before, it showed you how to Axt-Werf, it was really cool, it had a lot of fun Auf jeden Fall hat sie versprochen, beim nächsten Mal, falls ich da hingehen sollte, dass sie mir so ein Trickshot zeigt Falls du Interesse hast, wie das Ganze aussieht, schreibt mir natürlich in die Kommentare hinein Ich bin aber auch am Ende des Videos angekommen, ich hoffe dir, liebe Zuschauer, hat das Ganze gefallen Lass mir einen Like da, vergesst mich zu abonnieren und natürlich die Glocke zu aktivieren, damit du keine weiteren Folgen von mir, The Code, no, 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 verpasst Also dann bis zum nächsten Mal, ciao Bis zum nächsten Mal